Kuss, DC? Ja, okay. Und, Zack? Hallo! Hallo! Hallo, Sir! Ähm, also du bist einsatzbereit, okay? Ja! Ähm, also, nur zur Erklärung. Drei Tage müssen ja jetzt noch nicht am Stück sein. Also, du kannst... Ja, okay. Dann mach ich ein bisschen... Ja, okay. Ein bisschen weniger geht auch, ja. Du könntest. Also, weißt du, wo mein Grundstück ist? Pff, also... Ich könnte jetzt raten. Ich meine, ich hab im Discord gesehen... Warte, ich komm kurz? Ich meine, irgendwo hinten, ähm... Wo Blizzard gebaut hat und es wegmachen musste. Ja, ein bisschen weiter. Wenn du weißt, wo Stegi wohnt, hinter Stegi. Noch weiter in Richtung Norden. Also, generell sind wir alle im Nord-Ost...